Wir sprechen heute mal über einen Titel, der eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt von uns. Bisher muss man sagen, in der öffentlichen Darstellung, also auf YouTube, ich meine, noch gar nicht. Und zwar ist es die Aktie von eBay, die uns aber bisher sehr gute Gewinne eingebracht hat, aber sie ist halt einfach unsexy, wenn man so möchte. Es ist einfach kein Titel, über den alle reden. Wir sind investiert, wir haben einen genauen Plan, wann wir aussteigen wollen. Und das ist vielleicht auch für viele Anleger, die in den Titel investiert sind oder die noch investiert sein wollen oder die sich einfach damit beschäftigen. Heute ein interessantes Video, ich gehe durch alles durch. Einstieg, zukünftiger Ausstieg, wo wollen wir unsere in den Gewinn gelaufenen Positionen verkaufen? Wie gehen wir mit der ganzen Sache um? Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute über einen Wert, den ich bisher, wie ich meine, noch gar nicht besprochen habe. Es ist der Wert eBay, die Aktie von eBay. Wir gehen gerade mal hier auf unser Tech33 Aktienpaket, aktuell mit 54,38% im Gewinn. Und wenn man hier durchgeht, dann sieht man viele Titel, die wir oft besprochen haben, die auch sehr prominent und stark in der Investition sind. Beispielsweise Coinbase oder Palantir oder Amazon oder Tesla, alles Werte, mit denen wir mit 10%, ungefähr 10% oder mehr investiert sind, deutlich mehr bei Palantir und bei Coinbase. Wenn wir ganz runterfahren, was die Allokationsgröße auf der rechten Seite angeht, das ist immer der Anteil der jeweiligen Aktienposition an unserem Gesamtportfolio. Dann kommen wir ganz unten an mit nur in Anführungszeichen 2,27% bei eBay. Ein Titel, der aber von der Analyse her sehr gut gelaufen ist bei uns und der aktuell auch, wie man hier sehen kann, mit 35,58% im Gewinn liegt seit unseren Einstiegen. Was bedeutet das ganz genau? Wir gehen es jetzt heute mal ganz genau durch. Ich zeige auch die Live-Charts, was unsere zukünftige Erwartung ist, wann wir auch aussteigen wollen. Denn wir machen uns hier vorab schon genaue Pläne, wie das Ganze zu laufen hat. Das sieht man im Hintergrund im Zweifelsfall nicht und viele Kunden des Tech33 oder andere Aktienpakete fragen sich, ja, habt ihr auch vor, auszusteigen? Ihr steigt ja immer nur ein. Ja, selbstverständlich. Ich bin es ja gestern durchgegangen in diesem Video zur Nvidia-Aktie. Da haben wir hier von den verkauften Wertpapieren gesprochen, sind darauf eingegangen. Die verkauften Wertpapiere, wo wir also immer wieder Liquidität rausziehen, das gibt es selbstverständlich genauso. Gehen wir jetzt also mal hier auf den Login-Bereich unter www.hkcmanagement.de und dort sieht man in der Übersicht, ich kann das mal ganz kurz zeigen, eBay, unsere Aktionen, wenn man hier in der Suchleiste eBay eingibt, die Aktionen, Kurznachrichten, also Handelsaktionen, die wir bisher getätigt haben. Das geht hier beispielsweise los am 13.11. Einstieg eBay-Kurznachricht und dann gab es zwei Stoppsetzungen, wo wir sukzessive den Stopp immer weiter in den Gewinn ziehen, um hier eine Gewinnmaximierung zu erzielen, sollten wir ausgestoppt werden. Auch das ist sehr wichtig beim Positionsmanagement. Eine Gewinnoptimierung stops immer weiter und zwar taktisch in den Gewinn ziehen, sodass die Möglichkeit, dass man ausgestoppt ist, trotzdem relativ gering ist und aber auch der mögliche Gewinn möglichst hoch. Wir schauen uns das mal ganz kurz hier an. Nachricht vom 13.11. Da sieht man genau auch, um wie viel Uhr diese veröffentlicht wurde, dass man hier alles transparent einsehen kann. Wir gehen auf den Chart, wir steigen bei eBay ein, also bei den Aktienpaketen gibt es ja bei uns ein genaues Positionsmanagement, wo wir einsteigen, wo wir aussteigen, wo wir Stops setzen, Stops nachziehen, wo wir Teilgewinne vornehmen, je nachdem, was wir eben machen wollen in der jeweiligen Position, sodass unsere Kunden das 1 zu 1 mit ihren eigenen Depots umsetzen können, wie wir das auch machen. Wir steigen ein, haben wir damals gesagt, bei 39,80 Dollar sind wir eingestiegen am 13.11. Und damals, ganz am Anfang noch kein Stopp gesetzt, das machen wir dann erst im Nachhinein zur Absicherung. Und damals haben wir gesagt, innerhalb dieser Zielzone wird der Markt seine XY-Bewegung, der übergeordneten B, abschließen. Er wird hier reinkommen, innerhalb dieses Bereiches seine Trendwende vollziehen. Man sieht schon hier, er hatte hier einen ersten Spike gezeigt, hat das 90er Retrace eingelaufen bei 37,48 Dollar und ist bereits nach oben gezogen. Und damals hatten wir dann reagiert und haben gesagt, unserer Prognose, unserer Einschätzung nach, ist das bereits die Trendwende. Haben die erste Bewegung 1-2 abgewartet, also ein Micro-1-2, um dann in den Markt reinzukommen. Haben gesagt, okay, wir steigen jetzt ein mit unserem Depot. Dann geht diese Kurznachricht raus und dann können alle Abonnenten der jeweiligen Pakete das 1 zu 1 so umsetzen. Mit wie viel Geld man reingeht, wie viele Aktien man kauft, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und der eine hat mehr Geld zur Verfügung, der andere hat weniger zur Verfügung. Das entscheidet jeder selbst, aber ist auf jeden Fall mal bekannt, mit wie viel Geld wir einsteigen. Das ist bei jeder Position immer 5.000 Euro. So, was ist seitdem passiert? Wir gehen jetzt mal auf den Chart, auf dem 4-Stunden-Chart, schauen uns das Ganze an. Wenn man sich übrigens mal hier die Vergangenheit anschaut, dann haben wir hier Long-Zielzone, 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 Long-Zielzone. Die sind alle getroffen worden. Wir haben also eine sehr gute Trefferquote hier bisher. Der letzte, wo wir hier rausgespiked sind, war eine Short, eine Short-Zielzone. Da sind wir hier leicht rausgekommen. Nachhinein hat die Bewegung zwar genauso gepasst von den Short in den Long rein. Aber das war das letzte Mal hier im August 2022, schon lange her. Und dieser Bereich ist, um das nochmal zu zeigen, im Log-In-Bereich ist genau dieser Bereich hier. Das ist damals bei uns perfekt abgefangen worden. So lief es dann im Nachhinein. Das war der eine Spike rein. Wir sind genau hier eingestiegen. Seitdem ist der Markt auch sehr schön angestiegen. Insgesamt bis zum Hoch, kann man sagen, um 47%. Was ist die aktuelle Erwartung? Wir gehen davon aus, dass der Markt jetzt hier im Begriff ist, seinen 5-Teiler fertig zu machen. 1, 2, 3, 4, 5. Möglichkeit wäre, dass wenn er nicht über das jetzige Hochgerade kommt, und damit meinen wir diesen Bereich hier, an dem kämpft er ja gerade, bei 55,25 Dollar. Wenn der Markt das Überwinden dieser Marke nicht schaffen sollte und jetzt nach unten dreht, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt bereits runterlaufen, um dann die Alternative einzuleuten, also dass die Alt 5, der C, der übergeordneten B, bereits fertig ist und nicht erst hier oben. Primär gehen wir aber von einem anderen Szenario aus. Und das zeige ich jetzt mal auf dem längerfristigen Chart. Es gibt ja immer ein primäres und ein sekundäres Szenario. In beiden Fällen wären wir dann bärisch, aber wir gehen jetzt mal auf das primäre Szenario ein. Da sieht man hier nochmal die Zielzone. Wir sind der Meinung, dass der Markt sich jetzt hier weiter hocharbeitet, dass er demnächst das bisherige Zwischenhoch hier überschreitet, weiter nach oben läuft, um dann hier oben innerhalb dieser Zone zwischen dem 61,8, das ist der goldene Schnitt, ich markiere das gerade mal, bei 63,90 Dollar. Und da oben ist das 78,6 auf Fibonacci bei 71,50 Dollar. Dass der Markt zwischen diesen Bereichen hier reinkommt, sein Aufwärtsmomentum vollends erschöpfen wird, um dann im Anschluss eine große, zeitlich und prozentual andauernde Korrektur einzuleiten. Gehen wir mal davon aus, der Markt läuft hier auf die 67 Dollar und würde dann hier in der C der 2 runterkommen. Dann würden wir davon ausgehen, dass der Markt hier gut und gerne nochmal über 40 Prozent korrigiert. Also wollen wir unsere Gewinne, die wir seit unserem Einstieg, den wir genau hier getätigt haben, der jetzt dann hier hochgelaufen ist. Wenn er hier reinkommt, wollen wir hier unsere Gewinne realisieren, unsere Position komplett rauslösen, aus dem Markt rausgehen, Liquidität rausnehmen und hier unten wieder einsteigen. Dann wäre der Titel wieder interessant für uns. Sollte aber unser sekundäres Szenario eintreffen, das wäre dieses hier, dann ist das auch kein Beinbruch, denn jetzt gehe ich nochmal zurück. Es geht hier immer um die Strategie, deswegen ziehen wir die Stops nach, auf den Login-Bereich mal kurz zurückgehen. Dann haben wir hier nämlich bereits zweimal unsere Stops nachgezogen, das letzte Mal am 29.05. Wir ziehen unseren Stop bei Ebay nach, um angelaufene Gewinne weiter abzusichern, setzen wir unseren Stop auf 47 Dollar. Das werden wir demnächst wahrscheinlich weitermachen, um uns hier noch weiter abzusichern. Also in beiden Fällen würden wir definitiv mit Gewinn aus dieser Situation herauskommen. Der Stop sitzt aktuell gerade hier ungefähr, hier bei 47. Sollten wir merken, ah, der schafft das nicht, kann es sein, dass wir den Stop noch etwas weiter hochsetzen, um dann noch mit etwas mehr Gewinn aus der Situation rauszukommen. Das mal einfach zur Strategie und zur weiteren Erwartung von Ebay. Grundsätzlich sind wir im Anschluss an diese Korrektur weiter sehr bullisch eingestellt, was die Situation bei Ebay angeht. Wir gehen davon aus, dass die übergeordnete 1 abgeschlossen wurde. Das wäre dann die übergeordnete 2, welche in einer ABC-Korrektur hier seine Vollendung finden würde. Wir würden dann sehr wahrscheinlich in diesem Bereich hier unten wieder eine Zielzone setzen, die wir auf Basis der Elite-Wellen berechnen. Markt läuft ein, wir vollenden die Trendwende, steigt raus, zeigt das erste One-Two. Wir würden wieder einsteigen, also das andere Kapital, welches wir vorher mit Gewinn ausgelöst haben, neu verwenden und das Spielchen beginnt von neuem, wie wir es in allen Titeln bisher gemacht haben, im Tech 33. Ich hoffe, das Ganze mal einen Mehrwert. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich wünsche jetzt allen eine wunderschöne Handelswoche. Macht's gut. Danke. 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 Danke.